Wir befinden uns in dem kleinen Dorf Lunde auf Nordfühnen. Wir produzieren 22.000 Mastschweine im Jahr. Hier ist ein Dancorn-Silo mit 1000 Tonnen. Das Silo haben wir in 2012 gekauft. Wir hatten schon vorher selbst das Getreide aufbewahrt. Wir wollten jedoch gerne die Möglichkeit haben, Futter für das ganze Jahr aufbewahren zu können und wir kaufen Getreide von unseren Nachbarn. Wir trocknen das Getreide in dem Silo und das Getreide bleibt in dem Silo. Wir haben ein Silo mit Umrührsystem gewählt. Das Getreide wird umgerührt und gibt uns eine homogene Ware. Wenn wir mit dem Trocknen fertig sind, nehmen wir ein Muster und optimieren unser Futter dementsprechend. Früher, wenn wir das Futter bei unseren Nachbarn abgeholt haben, war der Proteininhalt ab und zu unterschiedlich. Jetzt mit dem Silo wissen wir, was wir haben. Das Silo wurde durch Leasing finanziert, weil Dancorn ein einfaches Leasingkonzept hatte. Der ganze Prozess mit Dancorn ist ganz schmerzlos verlaufen. Ich habe meiner Bank das Projekt gezeigt und sie haben dazu Ja gesagt. Wir waren danach 14 Tage in Urlaub und als wir zurückkamen, war das Silo errichtet und betriebsbereit. Ich war ganz begeistert.